Aufgrund des am Samstag stattfindenden Lessinglaufs gibt es rund um den Scheibesee einige Verkehrseinschränkungen. Insbesondere der Rundweg ist betroffen, dieser ist genau wie der alte Parkplatz komplett gesperrt. Des Weiteren wird die Geschwindigkeit auf der S108 im Bereich der Kurve von 70 km pro Stunde auf 30 km pro Stunde heruntergesetzt. Die Sperrungen werden am Nachmittag wieder aufgehoben.